... den Übungen der Riege der Sowjetunion. Jetzt Maria Filatova. Filatova hat Aufsehen erregt schon in Montreal mit ihrer damals sensationellen Bodenkür zu einer Ragtime-Musik, die die Zuschauer begeistert hat. Sie ist allerdings dann nicht ins Mehrkampffinale gekommen, weil sie nur fünf Beste ihrer Riege war. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eine vor allem ausdrucksstarke Übung. 9,8 Punkte und vielleicht ihre übrigen Wertungen. 9,9 im Sprung. 9,85 am Stufenbarn. 9,9 am Balken. Und insgesamt nach der Pflicht der 6.